Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und wir beide werden heute gegeneinander kämpfen, aber nicht wie normal, sondern jeder wird seine eigene Insel haben und wir müssen die Insel von dem anderen ganz doll wegschnitzeln. Das heißt, wir müssen ganz viele Bomben werfen und andere Dinge. Und derjenige, der als letztes, naja, irgendwie noch ein bisschen was von seiner Insel hat, hat gewonnen. Oh, das stimmt. Und Schaubeck heißt ja, da unten sieht man unsere beiden Inseln. Links, das ist deine und rechts ist meine. Und in der Mitte sind wirklich richtig, richtig viele Steinchen, naja, die wir wegschnitzeln müssen. Oh, stimmt. Okay, Moment mal. Ich bin hier auf jeden Fall im roten Team und der Epic ist im blauen Team. Und ich würde sagen, wir können schon mal auf die Inseln gehen, oder? Oh, ja. Hallo, ich bin auf meiner Insel. Koko Kater, na? Moment, ich sehe dich überhaupt nicht. Ich bin ganz hier außen an der Ecke. Oh, warte. Rechts oder links? Ja, du läufst richtig. Ah. Hallo. Hajo, na? Oh, sehr nice. Okay, okay. Ich werde richtig coole TNT-Kanonen bauen und dich dann wegschnitzeln, Katja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Moment mal. Hier sind noch ganz, ganz viele anderen Inseln. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um die TNT-Kanonen. Und dann werden wir richtig, richtig coole Dinge reinmachen können. Und Moment mal. Hier haben wir nämlich ein kleines Lager. Das ist durch Obsidian geschützt. Und wir haben hier zum Beispiel Pistons drin, Beobachter, Räuben, Eisenfalltüren und sogar Slimeys. Dann haben wir hier natürlich eine Redstone-Kiste. Ganz, ganz viel TNT. Noch mehr TNT-Dispenser und andersweitige Blöcke. Dann haben wir noch ein bisschen Equipment und Food. Also eigentlich könnte man auch fast schon gegeneinander kämpfen geführt. Wir haben sogar einen goldenen Apfel. Oh, die nehme ich mir auf jeden Fall alle mit. So. Und ein Schild nehme ich mir auch mal mit. Okay, dann haben wir hier immer noch TNT und noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel ein rotes Bett oder Kuchen oder zum Beispiel sogar ein Tageslichtsensor. Also richtig interessant. Und hier haben wir sogar noch ein bisschen Sand und Cobweb. Oh, sehr nice. Und Moment mal, Katja, ich baue schon meine erste TNT-Kanone hier hin. Oh, sehr nice. Und Moment mal. Hier haben wir auch ganz verschiedene Special-Items. Moment, da können wir uns das mal anschauen. Wir haben hier zum Beispiel roten Beton. Wir haben ein richtig, richtig gutes Schwertchen. Wir haben auch richtig gute Rüstchen. Ich glaube, die zieht sich mir an. Was hast du gemacht? Ich habe gerade meine Insel gesprengt. Äh, nicht so gut. Ach, was ist denn hier los? Das wollte ich ja gar nicht. Ach, mein. Oh, oh. Okay, Moment mal. Was haben wir denn noch? Dann haben wir auf jeden Fall noch eine Nuke, Arrow Rain und haben natürlich dann noch ganz viele andere Sachen. Und wir haben schon sogar einen Loaded Dispenser hier. Also richtig, richtig nice. Und ich würde sagen, wir kommen uns jetzt erstmal um eine richtig gute TNT-Kanone. Und die Special-Items kann man auch in diese Kanone reintun, oder? Oh, ja. Das ist so, so, so cool. So, zack, 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 zack. Und warte mal, ich baue meine erste TNT-Kanone jetzt. So nice. Ich auch. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe jetzt hier eine richtig, richtig coole TNT-Kanone gebaut. Und Moment mal, wir schauen uns die auf jeden Fall mal an. Es ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Wasser. Naja, steini. Dann haben wir Redstone. Ganz, ganz viele Dispenser natürlich. Die sind auch schon gefüllt mit ganz viel TNT. Und ich würde sagen, warte mal, hast du auch schon deine TNT-Kanone? Ja. Okay, Moment. Dann hole ich mir mal ein paar Special-Items. So, diesen Arrow Rain hätte ich gerne. Das hätte ich gerne. Ich nehme mir, glaube ich, von allem mal ein bisschen was mit. So und so. Und Moment mal. Nimmst du auch gleich schon so Special-Items? Ja. Oh, sehr, sehr nice. Okay. Wo muss ich die denn dann reintun? Muss ich die dann einfach in den Dispenser werfen? Hm, ja. Okay, dann habe ich hier einmal Lightning-Plast. Und hier habe ich einmal Arrow Rain. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, ob das, naja, zu wenige sind. Aber ich drücke jetzt einfach mal drauf und schaue, was passiert. Und... Oh Gott, nein. Ähm. Oh Gott, was ist denn hier los? Soll ich auch drauf drücken? Gott, ja. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe meine TNT-Kanone kaputt gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Was war das denn? Hä, das war voll gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los? Bitteschön. Das war richtig gut. Das drücken wir direkt nochmal. Und... Zack. Und ein bisschen weggehen. Schützen. Und... Zack. Und du bist weggeschnellt, die Katrin. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe wieder meine TNT-Kanone fast kaputt gemacht. Das ist ja richtig nice. Oha, wie das aussieht. Oh Gott, da brennt es ja sogar. Hm, okay. Was könnte ich denn da noch reintun? Vielleicht könnte ich hier ein paar Sachen wegmachen. Und dann mache ich hier noch was anderes rein. Und zwar... Das kommt hier rein. Das hier. So. Und da kommt das hier noch rein. Ich habe meine TNT-Kanone schon wieder kaputt gemacht ein bisschen. Und zack. Kaputt gemacht. Bei mir geht hier gar nichts kaputt. Richtig nice. Oh, das stimmt. Oh. Was ist denn bei dir aus? Hey, du schickst da immer Blitze zu mir rüber. Was soll das denn? Irgendwie mache ich aber trotzdem nicht so viel Damage an der Wand. Und zack. Und oh oh. Moment mal. Katja? Ja? Ich bin runtergefallen. Ach man. Moment mal. Und zack. Du wirst weggeschnetzelt. Wie du? Ich werde nicht weggeschnetzelt. Doch, doch, doch. Moment mal. Gehst du eigentlich schon weiter meine Insel kaputt machen? Ja, hier wird alles weggeschnetzelt. Und warte mal. Ich habe mich hier selbst vergiftet. Hier ist alles vergiftet, Katja. Was machst du denn für ein Quatsch? Oh nein. Oh, das wollte ich ja gar nicht. Und noch ein Schuss bitte. Und alles rüber zu Katja. Und zack. Hä? Hier brennt alles. Hey, das wollte ich ja gar nicht. Irgendwie. Nein, bei mir macht es gar nichts. Bei mir irgendwie. Hä? Katja, schau mal, was oben passiert. Da kommt Lava runter. Was ist denn hier los, bitteschön? Was passiert denn hier? Moment mal. Ich drücke jetzt nochmal da drauf. Und los geht's. Guck mal über dich. Da ist alles voll mit Feuer und Lava. Ich sehe das gar nicht. Ganz weit oben. Da sehe ich aber nichts. Okay, warte mal. Und noch mehr. Und noch mehr. Vielleicht gehe ich nochmal hierhin eine hinbauen. Okay, warte mal. Lass mir noch ein bisschen Zeit, okay? Hey. Oh. Äh. Was passiert hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein. Katja. Ich baue mir jetzt noch eine schnell. Hilfe, was denn hier passiert? Und zack, Katja, du bekommst TNT von mir. So, Moment mal. Ich bin jetzt fertig mit der zweiten. Und gehe jetzt mal ein paar Sachen da noch reintun. Aber ich würde sagen, wir probieren sie erstmal aus. Ich hoffe, das funktioniert alles. Und los. Geht's? Ja. Moment mal. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich mache bei mir jetzt eine Nuke rein. Eine Nuke? Ja. Ich mache auch eine Nuke rein. Warte, warte, warte. Nuke, nuke, nuke. Ich habe keine Nuke mehr. Wie, du hast keine Nuke mehr? Oh, ich glaube, die sind alle wegexplodiert gewesen. Ach Mann, was ist denn hier los? Und zack, okay. Dann mache ich euch hier bei mir rein. Warte. Das hier kommt weg. Und da kommt die Nuke rein. So, Moment. Weg damit. Dann kommt das hier rein. Und das kommt auf die andere Seite. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Und los geht's. Oh, sehr nice. Und warte mal. Und es geht auch bei mir los. Oh. Uh, das war gut. Okay, da drücke ich direkt nochmal drauf. Und los geht's. Nein. Bei mir ist schon wieder alles explodiert, Katja. Bei mir ist es eigentlich gerade irgendwie ganz gut. Aber irgendwie auch nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Es passiert nicht so viel bei meinen anderen. Ich glaube, ich bin hier bald durch sogar. Moment mal. Bist du schon auf meiner Seite? Na, fast. Hey, was ist das denn? Moment mal. So und so und so. Cool. Ich komme zu dir. Zeit, Zeit, zack. Moment, da habe ich eine Nuke drin. Dann mache ich hier. Aber ich muss ein bisschen TNT wegwerfen. So und so. Moment mal. Was hast du gerade gesagt, was du machst? Ich komme zu dir. Nein, 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 nein. Doch, doch, doch. Du wirst komplett weggeschnitzen, Katja. Und bitte wegschnitzen. Okay, mal schauen, was jetzt passiert. Und los geht es. Und bei mir geht es auch los. Ich sehe dich schon da hinten. Also ich sehe zumindest deine Insel. Oh, oh. Da drücken wir direkt nochmal drauf. Oh, oh. Hey, was ist denn da los? Und? Und nochmal. Hey, Katja. Was ist denn hier los? Äh, hallo? Hallo. Moment mal. Ich baue hier auch eine TNT-Kanone hin und dann wirst du weggeschnetzelt. Aua. Los geht's. Feuer marsch. Herr, mein TNT kommt nicht mehr so weit weg. Und zack. Hallo, Katja. Und irgendwie, die macht irgendwie gar kein Damage gerade. Die fliegt einfach nur hoch. Oh, oh. Und zack und zack und zack. Jetzt stehst du unter Dauerbeschuss. Moment mal. Kann ich noch irgendwas dran ändern? Warte, warte, warte. Was ist denn hier los? Oh, Katja, hey. Was denn? Oh, 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 oh. Hier regnet TNT und Lava und hier ist alles kaputt. Oh, sehr gut. Hey, auch mal. Los geht's. Und bam. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Echt? Oh, 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 oh. Sehr nice. Was ist denn hier los? Und noch mehr TNT für Katja, bitte. Und noch mehr und noch mehr. Ich mache jetzt einfach alles rein. Nutzt es was? Oh, 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 oh. Und los geht's. Ohpala. Mein Schädchen. Noch mehr TNT, bitte. Und TNT-Kanone fliegt. Und ja. Jetzt bin ich immer gespannt. Macht das so einen Unterschied? Uh, da oben habe ich jetzt hingeworfen. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was es ist, aber wir probieren es nochmal aus. Oh, sehr nice. Oh, ja, ich leide wirklich nach oben. So, das kommt alles weg. Das kommt auch weg. So und so. Und jetzt kann ich noch besser zu dir rüberschießen. Und Moment mal. Und zack. Kata, hör auf, meine Mäppchen kaputt zu machen. Entschuldigung. Ach, Mann, du Quatschmacher. Und zack, meine TNT-Kanone ist wirklich so nice. Die schnetze dich überall weg. Irgendwie, ich weiß nicht so ganz, wo die immer hinfliegt mit ihren Sachen. Oh, der war gut, der Schuss. Und nächster Schuss, bitte. Ich rück jetzt die ganze Zeit drauf. Und TNT ist bereit. Und Schuss, bitte. Und Batsch. Sehr nice. Ich bin gleich bei dir. Uppala. Und zack. Ich sehe dich da schon. Hallo. Es kann sein, dass ich vielleicht meine TNT-Maschine hier, naja, kaputt gemacht habe. Ach, Mann, guck mal, siehst du mich, Kata? Und Bams. Und. Zack, Bams. Zack. Und. Zack. Und. Was machst du da? Oh, nein, hey, ich bin runtergeplumpst. Oh, warte, ganz runter? Ja. Oh, sehr nice. Also meine Insel ist ja immer noch komplett voll. Na ja, gut, eigentlich. Oh, wirklich? Da ist gar nichts. Moment mal. Hm, so und so und so. Hey, schießt du da zu mir rüber? Ja, klar. Äh, ich sehe dich da. Hallo. Hi, hi. Ach, Mann. Feuer, bitte. Und Feuer, Marsch. Und es kommt alles zu dir. Tschüss, Kata. Du bist weggeschnetzelt. Und hi, bye. Was? Nein, meine TNT. Ach, Mann. Ich muss gar nicht mehr wieder zu meiner Insel. Go to Island. Okay. Hä? Du hast sie einfach kaputt gemacht, oder? Geht da noch was? Hier wird alles weggeschnetzelt, Kata. Und. Geht da noch was? Hallo. Du hast sie kaputt gemacht. Ja. Hey, nicht schießen. Nein, nicht meine TNT-Kanonen. Oh, ich bin runtergefallen. Ich habe meinen. Sie hat den komplett kaputt gemacht. Ach, nein. Was ist denn hier los? Und warte mal. Okay, hier drüben hast du dich auch schon fast durchgebaut. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Und. Zack. Und. Was ist denn hier los? Och, Mann. Kann ich hier noch was machen? Ja, hier ist doch auch alles kaputt. Och, Mann. Ich mache doch alles nur selber kaputt mit meinen Sachen hier. Warte mal. Vielleicht kann ich ja hier. Ich habe noch Frozen. Mal schauen, was ich das kann. Aber ich glaube. Mein Zug ist abgefahren. Da läuft ja nichts mehr. Ja. Hallo, Kata. Guck mal, wer da ist. Zack, 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 zack. Du wirst weggeschnetzelt. Du hast gar keine Chance. Guck mal. Oh, Gott. Es sind zwei richtig große Löcher tatsächlich in der Wand drin. Ja, da hast du recht. Und. Bams, 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 bams. Hör auf damit. Du wirst weggeschnetzelt, Kata. Bams, bams. Und so, und so, und so. Hey, stehen bleiben bitte. Und so, und so, und so. Aua. Oh, Gott. Und. Zack. Ich kriege dich hier nicht. Autschi. Hör auf damit, Kata. Und. Zack. Und. Zack. Oh, du machst mir richtig viel damage. Was ist denn hier los? Ja, aber du mir auch. Ich glaube, ich bin gleich down. Und. Oh, oh. Tschüss, ich bin weg. Bye, bye. Okay, ich nehme Apfel. Ich habe keinen Apfel mehr. Ich muss was essen. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Moment mal. Ich muss auch was essen. Oh, ich habe sogar ein Schild. Und so, und so. Und jetzt wird die liebe Kata. Und so, und so. Und so, und so, und so, und so, und so, und so, und so. Hey, bitte stehen bleiben. So, zack, 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 und. Und. Überraschung. Hä? Wo bist du? Hi. Du wirst weggeschnitzelt, Kata. Und so, und so, und so, du hast gar keine Chance. Echt? Und zack, und zack, 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 zack. Oh, sehr gut, Kata. Ja, du hast mich weggeschnitzelt, so nice. Oh, stimmt, aber das war richtig lustig. Ich meine, naja, meine komplette TNT-Kanone ist einfach, naja, weg. Und Moment mal, ich gehe jetzt mal auf deine Seite und schaue mir mal an, wie deine Insel aussieht, weil ich weiß gar nicht, wie viel Damage ich gemacht habe. Und wo kommt denn die ganze Lava hierher? Die kommt wegen deinen Superfähigkeiten. Ah, und Moment mal. Hier haben wir auch noch so Säureregen. Tut man sich da weh? Da kann man einfach nicht hinlaufen. Bei mir ist halt sowas gar nicht. Es war Eis. Ist ja lustig. Du hast hier alles kaputt gemacht, Karte. Guck mal da oben. Da war richtig viel Lava. Überall hier ist überall Wasser und oh Mann, du hast mir wirklich richtig viel Damage gemacht. So cool. Oh, stimmt. Irgendwie, ich glaube, die Super Items haben mir irgendwie voll geholfen. Ich weiß nicht, bei dir hat es irgendwie nicht so richtig geklappt. Aber dafür hast du meine komplette Insel auch fast zerstört. Und vor allem, du hast meine TNT-Kanonen komplett zerstört. Schau mal, da ist gar nichts mehr übrig. Und wenn du die mal betätigst, warte mal, pass mal auf. Guck mal, was denn passiert. Und... Moment mal. Was ist denn hier los? Ich weiß doch auch nicht. Aber das hat richtig, richtig doll Spaß gemacht. Oh ja. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei, damit ich sagen, wir sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss!